Hi, ich bin die Nadine und studiere an der FH St. Pölten den Master Digital Marketing und Kommunikation. Warum habe ich von der Uni auf die FH gewechselt? Ganz einfach, mir hat mein Bachelor zwar wirklich gut gefallen, aber gleichzeitig hat mir der Praxisbezug fürs Berufsleben gefehlt. Und das ist genau das, was die FH besonders macht. Wir haben jedes Semester verschiedene Projekte mit realen Unternehmen, wo wir die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen bearbeiten. Und am Schluss auch wirklich vor den Unternehmen und den Verantwortlichen pitchen. Also eigentlich genau wie im echten Leben dann. Dich interessieren Themen wie PR, Event- und Live-Marketing, Werbung, Direktmarketing oder auch Kommunikationsdesign und Werbegrafik? Dann ist der Master wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Denn im zweiten und dritten Semester spezialisiert man sich auf zwei dieser Bereiche und führt dort verschiedene Projekte durch, wie zum Beispiel die Planung eines Events oder den Entwurf eines Werbekonzepts. Ich persönlich habe mich auf Kommunikationsdesign und Werbegrafik und Werbung spezialisiert. Lassen sich Arbeit und Master gut vereinbaren? Ja, es ist zwar so, dass der Master als Vollzeitstudium geplant ist, aber Unterricht findet grundsätzlich nur Montag bis Mittwoch statt. Das heißt, es bietet sich an, etwa 12 bis 16 Stunden Donnerstag und Freitag zu arbeiten. Man darf aber nicht vergessen, dass neben der FH natürlich auch Gruppenarbeiten gemacht werden müssen und die doch einiges an Zeit einnehmen. Für das Aufnahmeverfahren bereitest du dich am besten vor, indem du dich über aktuelle Geschehnisse informierst und dir die österreichische Agenturlandschaft anziehst. Hierfür kannst du unter anderem Branchen-Newsletter wie von Horizont oder Medianet abonnieren. Für den schriftlichen Aufnahmetest empfehle ich dir, dir Wissen aus den Bereichen Wirtschaft, Medien, Marketing, aber auch wissenschaftliches Arbeiten anzueignen. Wenn du dich gut genug auf den Aufnahmetest vorbereitest, ist er auch wirklich machbar. Falls du noch weitere Fragen zum Master Digital Marketing und Kommunikation hast, kannst du dich gerne über die Webseite der FH beim Bemelden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Ciao!